so meine leute final fantasy hat sich einfach eben mal aufgehängt wollte nie mehr naja kann passieren so bisschen eis gar machen wir nichts anderes mehr soll er durchlaufen wusste ich jetzt gar nicht ich würde noch alles untersuchen leute so was wir durchlaufen das andere ist uns egal tja so einfach ist denn es rüdiger 32 hat bio gelernt als neue magie so das hat man natürlich nicht posten gehabt weil wir abgestürzt sind hier ist nix die thronsal ist da was noch eine junge oberheit sinnesal schadensbericht wir haben bereits alle frauen und kinder evakuiert ich wünsche doch dass unsere burg nicht mehr lange durchhalten wird da kommt er überlasst ihn mir das ist selbstmord es gibt keine andere möglichkeit ihr alle evakuiert inzwischen seit die burg jetzt ich verstecke mich nicht mehr verlieren dieses mal nicht was willst du alleine gegen ihn ausrichten willst du mich verarschen das ist also das ende rüdiger hast du es heraus geschafft dann ist klar na komm schon das nennst du können nennst du das ist also der mann der meinem feuer widerstand was et rüdiger ich hätte doch gesagt du sollst abhauen hast du erwartet dass ich auf dich höre das ist deine beerdigung was passiert jetzt hier ein feuerer ist ja quatsch eisra was passiert was ist denn los und nicht entzahnt ja aber mal wenigstens 200 schaden mehr 300 wenn der rödiger einmal noch rum nudelt mehr kampfgeist hast du nicht zu bieten aufhören erinnere dich doch diese wahre flamme die dir entgehen wurde oh was war das das sollte reichen die explosion wird die flammen ersticken auge um auge also feuer gegen feuer genau du hast die gruppenfertigkeit feuerwirbel erlernt jetzt bin ich bereit für dich auf geht's auf geht's du bist nicht der einzige der mit feuer kämpft ein moment ihr habt uns wohl vergessen was hey tja wie auch immer lasst uns gehen ich habe alle feuer mit dem totalen klammen umgegriff ok ja das war ein witz ja 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 mach mal ko guck 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 kampf Das war's für heute. Ähm... Item... Ah, der Helix-Potion. High Potion. Wichtig ist nur, dass die irgendwie überleben. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, jetzt kann er noch zaubern. Das war's gegen Gemach. Items... Ich mach keinen Schaden dadurch, ist das Problem. Ja... Ich krieg's noch ein bisschen Lebenspunkte. Jawohl, wenn er noch 100 Schaden macht, ist das ziemlich weit. Das war's für heute. Daher... Ist so ein kleines bisschen Verschwendung, aber damit hat Rüdiger wenigstens wieder ein bisschen. Jetzt sieht's schon viel, viel besser aus. Oh, Edge hat 4 Mana. Komm, jetzt aber. Irgendwann muss doch mal gut sein. Versuchen wir das einfach mal. Ich hab's auf Edge. Das lohnt sich. Ich hoffe, das hilft. Ja... Ja... Eifrit, du bist wieder da. Eifrit, ist doch Rüdiger zurückgekehrt. Dem Himmel sei Dank bist du zurück, Eifrit. Bist du verrückt geworden, alleine gegen einen Beschwerbacher herauszufordern? Nicht alleine. Ich gebe das ungern zu, aber du hast mir das Leben gerettet, Rubikante. Ja, man muss wirklich die ganze Welt abklappern. Was soll das? Möchtest du ernsthaft die Klinge mit mir kreuzen? Wenn du darauf bestehst? Kein! Und das ist der Mann, auf den du vertraut hast, Theodor? Mehr als dein eigenes Fleisch und Blut? Pff! Entschuldigung! Bleib hinter mir, Theodor! Theodor! I will, I will, Theodor! Ich erwarte eine Antwort, Theodor! Boah! Cecile! Ach Göttchen! Das ist ein schönes Schwert! Was ist los, Kain? Ist das euer Ernst? Ja, dann können wir hier mal raus. Warte mal. Wenn das alles wieder heile ist, ich habe mal eine Idee bekommen. Denn wir können dann wieder ein bisschen Potion und Schlickstacke brauchen. Warte mal, das war das hier. Oder Safe Point. Ja! Willkommen! Na, genug haben wir noch. Na, 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 na. Das ist doch eine Monster-Filme. Analyse, achso. Aber da wollen wir hin! 97 nehmen wir mit. Auch bei den Potion, da schlagen wir richtig zu. Da haben wir noch genug. Hast, 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 hast. Hat er nicht. Hier rücken wir so ein Schlafen. Aber wir müssen noch ein höher. Wenn wir schon mal hier sind. Falsch. Können wir mal gucken, ob er irgendwelche neue Items hat. Kannst du verbessern. Eine Rotkirsche. Oder das Aschura. Das nehmen wir mal mit. Warum machen wir das die ganze Zeit jetzt? Weil wir es können. Nein, das war eine falsche. Weil wir es können. Waren zwölf Schaden mehr. Waren zwölf Schaden mehr. Begeister. Nehmen wir das Aschura. So, schauen wir, ob wir noch irgendwelche Rüstungsgegenstände bekommen. Nein. 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 Nix. 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 Der kleine von uns. So, gleich haben wir es geschafft. So. So, meine Leute. Dann machen wir erstmal einen Cut für heute. Und ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag. Und danke fürs Schauen. Schauen.